Herzlich willkommen zum Wochenendwetter von Wetter.net. Für alle, die sich in den letzten Tagen so richtig an der Frühlingssonne gefreut haben, haben wir eine nun eher unerfreuliche Nachricht, denn die Wetterlage über Europa stellt sich zum Wochenende, wie schon angekündigt, etwas um und das bedeutet für uns merklich wechselhafteres Wetter. Nun, den Anfang, den macht am heutigen Nachmittag der Wind. Er dreht von östlichen Richtungen hin auf West und damit sorgt er dafür, dass sich ein Tiefdruckausläufer wie der Deutschland nähert. Der erste Vorbote dafür sind die Wolken über dem Norden Deutschlands, die sich gegen Abend immer weiter verdichten. In der Südhälfte Deutschlands dagegen, da herrscht weiter ungehindert der Sonnenschein, am Rhein Temperaturen bis hin zu 21 Grad. An der Küste, da haben wir es mit Temperaturen bis zu 12 Grad und der Wolken mitunter auch mit etwas kühleren Temperaturen zu tun. In der Nacht dann, da erreicht uns dann das zum Tiefdruckausläufer gehörende Regengebiet. Regenschauer haben wir dann im Norden Richtung Süden allerdings, da bleibt es zunächst noch trocken. Die Temperaturen sinken ab auf 7 bis 0 Grad. Am Alpenrand, da gibt es dann also leichten Frost und der Wind, der frischt wieder merklich auf. Das gilt auch für die nächsten Tage. Die Gefahr von Sturmböen, also von steifen Windböen bis hin zu starken Sturmböen, die ist besonders in exponierten Lagen, in hohen Lagen oder auch an der Küste in den nächsten Tagen wieder sehr hoch. Dann zu den weiteren Aussichten. Wie schon angekündigt, am Wochenende lange nicht mehr so viel Sonnenschein wie noch in den letzten Tagen. Am Samstag Temperaturen mit bis zu 7 bis 11 Grad. Besonders in der Mitte Deutschlands bedeutet das mitunter einen Temperatursturz von happigen 10 Grad. Am Sonntag, da haben wir dann Regen, besonders in der Osthälfte Deutschlands. Am Montag, da ist es dann im Süden wieder etwas sonniger, die bei Temperaturen zwischen 9 bis 16 Grad. Und damit bis zum nächsten Mal.